moin moin freunde des tabaks ja wie man vielleicht sieht ich musste umtopfen ich habe jetzt 15 cm durchmesser töpfe genommen weil der tabak explodiert hier fast und ja mega gut gekommen hier alle auch schon richtig groß deswegen die kleinen töpfe werden glaube ich zu klein gewesen um das jetzt bis mai noch durchzuhalten von den wurzeln hier sieht man auch die kleineren rosenkohl die natürlich jetzt vom tabak schon überholt wurden dahin sind auch die kleineren tabaks aber ansonsten die anderen wachsen und gedeihen sehr gut ja ich werde weitere videos schicken ansonsten einen schönen tag und schönen start in die woche